Ja, Olden. Es war wie immer. Es war, das ist nicht nur Olden, die ganze Schweiz, ein euphorisches Völkchen, das jederzeit bereit ist, aus sich rauszugehen und alles zu geben. Teilweise wurde die Bühne gestürmt. Frauen, die geschrieben haben, ich will ein Kind von dir. Es war wunderbar und ich komme immer wieder. Olden ist immer eine Reise wert.